Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag in die Runde. Ich hoffe, ihr hattet alle einen sehr, sehr guten Wochenstart. Wünsche ich euch auf jeden Fall. Ansonsten, momentan traden wir bei ungefähr 20.400 US-Dollar, was wir jetzt für die Woche erwarten können. Heute ist sowieso ein bisschen ruhiger. Die US-Märkte haben zu, weil Feiertag dort ist. Deswegen schauen wir uns das jetzt alles mal ganz in Ruhe an. Ansonsten, bevor wir durchstarten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und wenn ihr Bock habt, klickt auf die Glocke. Ansonsten gibt es von meiner Seite aus wenig zu sagen. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 20.400 US-Dollar. Wir haben eine leichte Erholung jetzt in den letzten Tagen gesehen, nachdem wir am Wochenende noch unter 18.000 US-Dollar gefallen sind. Perfekten Bounce am 0,786er Fibonacci Retracement Level gesehen. Hab von unserem Corona-Crash bis zu unserem All-Time-High gezogen, dass ihr euch das mal bildlich ein bisschen vorstellen könnt. Haben wir hier einen Bounce gesehen, plus der Monats-S2 lag hier auch noch in dieser Region. Und von hier aus sind wir etwas konsolidiert und sind jetzt langsam wieder über der 20.000 US-Dollar-Marke. War das jetzt der Boden? Weiß man ehrlich gesagt noch nicht. Also will ich mich auch noch nicht festlegen, dass es hier wirklich der endgültige Boden war. Trotzdem sieht es erst einmal gut aus, nachdem jetzt nicht mehr so riesen Volumen jetzt hier in diesen Bereich mehr reingekommen ist. Man sieht es hier von drüben noch, wo wir diesen Wig hatten bei der Fettsetzung, wo enorm viel Handelsvolumen reingekommen ist. Man sieht es an dieser fetten Kandel. Also das hat jetzt zum Glück etwas nachgelassen. Ist schon mal ein gutes Zeichen einfach, dass wir jetzt nicht wieder irgendwelche Wigs oder sonstiges irgendwie was füllen müssen. Trotzdem müssen wir jetzt mal schauen. Also wir bilden jetzt hier so einen leichten Abtrend, kann man das jetzt schon mittlerweile nennen. Also wir bilden höhere Hochs, höhere Tiefs erst einmal. Trotzdem zeugt dieser Abtrend meines Erachtens sich wirklich von Stärke. Also ihr seht es hier, Volumen deutlich abfallend. Auch wenn jetzt Feiertag in den USA ist, möchten wir bei einer Abtrendbildung jetzt nicht unbedingt sehen, dass wir hier höhere Hochs bilden und das Volumen weiterhin nach unten geht. Also das möchten wir auf keinen Fall sehen. Die 1-Stunden-Email-Rooms geben uns hier noch ein bisschen Support. Trotzdem haben wir auch eine kleine Bearish Divergence auf den 1-Stunden-Chart. Auf den 4-Stunden-Chart müsste man es glaube ich auch haben, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Ne, da sogar nicht. Da läuft es auf jeden Fall noch. Aber auf den kleineren Timeframes haben wir schon eine kleine Bearish Divergence. Heißt, wir sollten hier ein bisschen vorsichtig sein. Heißt trotzdem nicht, dass wir nicht noch ein bisschen höher steigen könnten. Zumindest im Bereich von 23.000 US-Dollar nehme ich hier mal ein bisschen in den Mund. Einfach 22.200 bis knapp 23.000 US-Dollar. Vielleicht, dass wir unseren Bounce bis hier hoch kriegen, bevor wir dann wirklich nochmal eine neue Korrekturwelle sehen. Die Frage ist dann, bilden wir dann hier so ein schönes Inverse Head & Shoulders mit einer schönen Bestätigung. Versuchen dann nochmal in Richtung 30.000 US-Dollar auszubrechen. Oder konsolidieren wir jetzt hier wirklich erstmal in dem Bereich zwischen 17.000 und 23.000 US-Dollar. Also das wäre ehrlich gesagt ein bisschen wünschenswerter, wenn wir jetzt erstmal noch ein bisschen hochgehen, noch ein paar Shorts liquidieren, bevor wir dann nochmal eine Welle nach unten hinsetzen. Weil der Abtrend momentan, wie gesagt, gefällt mir überhaupt nicht. Auch auf dem 4-Stunden-Chart sieht man das deutlich abfallendes Volumen. Klar, wir bilden im RSI hier noch keine Bearish Divergence. Trotzdem sollte man ein bisschen aufpassen und dann doch eher in die kleineren Timeframes reingucken. Ansonsten schauen wir mal auf den Daily. Auch hier haben wir momentan keine wirklichen signifikanten Widerstände. Die nächsten fangen dann wirklich hier in dieser Region an, wo wir gerade darüber gesprochen haben. 22.000 bis 23.000 US-Dollar. Hier liegt die erste Daily Supply-Zone, die wir dann wirklich antesten könnten. Würde perfekt passen. Neue Rücksätze nach unten, wo wir dann in die Daily Demand-Zone kommen. Also wieder in eine neue Support-Zone. Von hier aus dann Inverse Head & Shoulders und dann vielleicht einen Ruck nach oben hinkriegen. Aber das ist jetzt eher so Zukunftsgedanken, weil auf dem Daily nimmt das Handelsvolumen auch deutlich ab. Wir sind klar noch in einem überverkauften Bereich hier deutlich zu sehen. Aber trotzdem danach würde ich mich momentan ehrlich gesagt weniger richten. Also soviel zu Bitcoin. Wie gesagt, gibt echt wenig zu sagen. Also nehmt ein bisschen Abstand. Wir konnten gestern guten Short-Entry mitnehmen. Wer das aus der Telegram-Gruppe gemacht hat, den ich gestern da gepostet habe. Ich glaube, das war hier in der Region zum Beispiel, wo wir hier die grüne Zone, die ich eingezeichnet habe, konnten einige Shorts doch mitgenommen werden. Also Glückwunsch, wer es gemacht hat. Aber bei sowas sollte man trotzdem momentan echt ein bisschen vorsichtig sein. Nicht zu große Short-Positionen. Ich bin immer noch in meinem Long, der jetzt mittlerweile leicht im Profit ist. Plus ich habe noch einen Long bei 19.000 US-Dollar aufgemacht. Aber gut, müssen wir jetzt mal schauen, wie sich das weiter abgibt. Aber auch hier habe ich bereits Profite ausgenommen. Gut, schauen wir uns auch ganz kurz die Bitcoin-Dominance an. Einfach mal, bevor wir hier in die Altcoins einsteigen, mal kurz auf den Dreitages-Start. Gerade auch hier sehen wir eine leichte Erholung der Bitcoin-Dominance, nachdem wir hier auf 43% sogar runtergefallen sind. Wobei, meines Erachtens, es ist immer noch nicht der Boden sein könnte. Also wir können locker hier nochmal in dem Bereich von 42, 41% locker nochmal runterfallen. Aber trotzdem, Altcoin-Season könnte jetzt dann langsam vorbei sein. Aber ich sehe jetzt hier am Rand alles grün, was so Altcoins anbelangt, zumindest fast. Litecoin, wenn wir schon bei Litecoin sind, ganz ehrlich, können wir auch mal drauf gucken, weil der Coin in den letzten Tagen deutlich, deutlich besser performt hat als Bitcoin. Wir haben hier eine deutliche Erholung sehen können. Von unseren Tiefständen bei 40 US-Dollar sind es auf hier 52 US-Dollar gestiegen. Auch hier die erste Supply-Zone rausgenommen, die zweite Zone schon wieder angetestet. Also, aber trotzdem. Also Litecoin ist so mein Geheimtipp. Wie gesagt, ich wollte noch ein Altcoin-Video machen, was ich jetzt alles kaufe, wo ich Altcoins dann jetzt nach und nach einsteigen werde. Das Video wird auch noch kommen. Werde ich, glaube ich, vielleicht diese Woche mal machen. Also, wenn euch irgendwelche Altcoins noch interessieren, die ich vielleicht mir selber zulegen könnte, in Anführungszeichen, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein, wenn ihr darauf Bock habt. Ansonsten, Litecoin, so kleiner Geheimtipp vielleicht für dieses oder nächstes Jahr. Je nachdem, wie lange der Bärenmarkt andauert. Ansonsten, aber hier sehen wir zum Beispiel was komplett anderes. Also hier, wir sehen höhere Hochs, höhere Tiefs. Naja, ist noch ein bisschen fraglich. Aber das Handelsvolumen deutlich, deutlich zugenommen. Noch keine Bearish Divergence hier wirklich. Also erstmal ein gutes Anzeichen. Trotzdem könnten wir hier jetzt erstmal eine kleine Korrektur dann sehen. Noch ein höheres Hoch wäre wünschenswert, um die Liquidation hier oben noch ein bisschen, die Shorts zu liquidieren, um dann eine Welle nochmal nach unten hin zu machen. Vielleicht hier in diesem Bereich 46, 45 US-Dollar wäre wünschenswert. So, Ethereum, relativ auch wie Bitcoin verhält sich momentan so zu Wochenstart, auch hier wenig Veränderung. Trotzdem, dieser Bereich hier um, sagen wir mal hier diese, na jetzt funktioniert das wieder nicht. Ich hasse es manchmal, ich hasse manchmal Trading View. Ja, dieser Bereich hier unten könnte auf jeden Fall noch gefüllt werden. 950 bis ungefähr 1000 US-Dollar. Auch hier, zumindest auf den größeren Timeframes, noch keine Bearish Divergence. Aber auf den kleineren sieht man es hier ganz gut. Höheres hochgetroffen. 200er SMA, wo wir jetzt schon die Astro Rejection auf den 1-Stunden-Chart gesehen haben. 1-Stunden E-Mail-Ribbons halten hier noch Support. Trotzdem haben wir hier erst einmal eine Bearish Divergence vorliegen, die uns jetzt dann deutlich nochmal nach unten sacken lassen könnte. Zumindest kurzfristig unter dem Bereich von 1000 US-Dollar. Also würde ich noch nicht abschreiben. Altcoins momentan immer noch deutlich volatiler, beziehungsweise deutlich mehr am Abkacken, wenn man das so sagen darf. Gut, dann VeChain. Wenig Bewegung auch hier. Man sieht es hier eher so eine leichte Konsolidierungsphase. Abtrend, abfallendes Volumen. RSI schon ziemlich weit oben. Also auch hier momentan sieht alles eher danach aus. Entweder nochmal so ein ganz, ganz kleiner Wig nach oben, einfach um noch ein paar zu liquidieren. Ansonsten sieht es für mich alles hier ein bisschen mehr nach Downside aus, als nach einem aktiven wirklichen Abtrend. Klar, hier fehlt noch die Bearish Divergence, aber trotzdem sieht es einfach nicht stark aus, wenn wir hier abfallendes Volumen haben und steigende Kurse. Will man einfach in einem Abtrend auf jeden Fall nicht sehen. Gut, soviel zu den Analysen. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Altcoin-Wünsche habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Die Kommentare werde ich dann wieder über die Woche abarbeiten. Ansonsten, kurz noch zu den News. Blue Wallet Erfahrungen Bitcoin Lightning Network in der Hosentasche. Habe ich ehrlich gesagt noch nie getestet. Aber gut, Artikel durchlesen, schadet nicht. Vielleicht teste ich es dann auch mal, wenn ihr Bock habt. Schreibt es unten in die Kommentare rein. Ansonsten, Link werde ich euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Und wer es gestern nicht mitbekommen hat, muss ich jetzt selber gerade mal, weil ich noch nicht vorbereitet war, weil ich ein Dulli bin, kann gerne mal sich das BitGet-Video anschauen hier. Gestern BitGet mal getestet, auf was ihr achten solltet, was ist wichtig, wenn ihr die Plattform nutzt. Ansonsten schaut gerne vorbei. Link unter den Videos einfach nachgucken. Und wenn ihr Bock habt, dass ich Copy-Trading teste, wir hatten ja jetzt letzte Woche den Test bei PrimeXPT. Schaut gerne vorbei. Dann würde ich das hier auch gerne mal testen. Einfach um zu gucken, auf was sollte man achten, was ist wichtig. Genauso wie bei PrimeXPT, damit wir auch mal so ein bisschen Vergleiche oder sowas ziehen. Schreibt es auch gerne unten in die Kommentare. Ihr habt euch viel zu tun. Alles unten in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch einen schönen, entspannten Tag noch. Vielleicht gutes Wetter, bei uns nicht. Wir hören uns morgen früh zum Update-Video wieder. Ich freue mich drauf. Ansonsten, wie immer, entspannten Tag. Schönen Wochenstart. Wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao. Stay Crypto.